Hallihallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück auf dem plakos.de YouTube-Kanal. Mein Name ist Tom und heute dreht sich alles um die Frage, was soll ich überhaupt studieren? Dafür haben wir auf plakos.de einen kostenlosen Test für euch, den ihr unter was-soll-ich-studieren.plakos.de findet. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung, schaut da einfach vorbei, klickt da drauf und ihr findet genau die gleiche Seite, wie ich sie euch hier zeige. Und ja, da gibt es natürlich einen kleinen Test zum Thema Studienwahl, was soll man machen und so weiter und so fort, wurde auch schon sehr oft versucht, über eine Viertelmillion Mal, echt viel. Darunter sehr, sehr viele weitere Informationen, die ihr euch alles mal durchlesen könnt. Wie findet man sein perfektes Studium, was soll man studieren, wo studieren die schönsten Frauen, alles klar, schönes Q&A auf jeden Fall, spannend, wirklich eine spannende Sache, muss man sagen. Ja, was studieren die Leute am meisten, auch sehr interessant. Darunter findet ihr natürlich noch die ganzen Sachen zum Thema Orientierungstests, Studienfähigkeitstests und so weiter und so fort. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Wir schauen uns heute aber gemeinsam mal diesen Test an, beziehungsweise die ersten Fragen. Und zwar ist es natürlich wieder kein richtig oder falsch Test wahrscheinlich, sondern einfach nur ein Test, wo ihr persönlich antworten sollt. So, die erste Frage ist natürlich, weißt du schon, was du werden willst? Und dann, ja, ich habe einen Traumberuf. Ja, ich habe ein paar Berufsgruppen, die mich interessieren. Nein, ich habe keine Ahnung. Wo ich angefangen habe mit Studieren, würde ich mal definitiv das sagen. Ähm, ja, eigentlich jetzt immer noch. Okay, und ich habe nur noch ein Jahr zu studieren. Schlimm. Ähm, des Weiteren. Zu welcher Altersgruppe gehörst du? Bei mir ist es so circa 18 bis 20 nicht mehr. Ich bin 21 oder älter. Ich bin jetzt 21 Jahre alt. Ähm, wie ist dein aktueller Berufs- bzw. Bildungsstand? Ich bin Schüler, Auszubildender oder Student, Arbeitgeber, Angestellter, Selbstständiger. Eigentlich bin ich beides. Ich gehe jetzt einfach mal da drauf. Ähm, welchen Schulabschluss hast du? Beziehungsweise strebst du an? Ähm, Fachhochschulreifer, einen anderen Abschluss. Oh mein Gott, ich habe einen, ich habe einen, ich habe einen, ähm, Fachhochschulreifer. Beziehungsweise Hochschulreifer. Das ist das Richtige. Das passt. Anderer Abschluss, was gibt's denn noch? Ähm, eine Ausbildung wäre genau das Richtige für mich. Äh, ne, eher nicht so. Ähm, ich glaube an die Bedeutung der Kunst. Ja, trifft schon zu. Kunst ist wichtig. Leute, ganz kurz, wir haben hier echt eine Menge Aufgaben. Ihr seht schon, wir haben schon sehr, sehr viel gelöst. Ähm, letzten Endes bekommt ihr aber dann irgendwann, wenn ihr alle Aufgaben mal ganz kurz durchgegangen seid. Leute, nehmt euch die Zeit. Wirklich. Es ist egal, wie lange ihr dafür braucht. Nehmt euch gerne mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde Zeit, um euch wirklich mal selbst zu reflektieren. Und diesen, diesen Fragen auch den, den Sinn und den Mehrwert zu verleihen. Denn es macht hier keinen Sinn, schnell zu agieren oder, ähm, so schnell wie möglich fertig zu werden. Es ist wichtig, dass ihr euch selbst reflektiert und schaut, ey, will ich da hin? Ist das das Richtige? Ist das das Richtige? Das ist halt immer so eine Frage. Ähm, kompliziert. Ihr müsst euch wirklich Zeit lassen. Das ist halt wirklich einfach so. Hier kommt man schon zu Schritt 2, zu den Stärken. Die Stärken haben wir jetzt aber auch durch. Schulfächer, puh, ja. Da wird dann die Frage gestellt, ähm, was du magst, was man nicht mag. Ähm, die ganzen Schulfächer abgecheckt. Des Weiteren habt ihr dann am Ende das Ergebnis. Und das ist das Wichtige. Und zwar bekommt ihr hier so eine richtig gute Darstellung. Wird auch sehr, sehr oft in der Konstruktionslehre verwendet. Wo liegen Stärken? Wo liegen die Schwächen? Natürlich habe ich überall Teil des Details eingekreuzt. Deswegen wird es wahrscheinlich bei mir relativ homogen ausschauen. Ähm, jetzt kommt ihr aber zu den wichtigen Sachen. Zum Beispiel Verhalten beziehungsweise Stärken. Ihr habt unglaublich viele Aufschlüsselungen von euren Sachen. Bedeutet, ihr habt wirklich mal eine sehr detaillierte Ansicht, ähm, was bei euch Sinn macht und was nicht. Hier kann man ein kostenloses E-Book downloaden, auch nicht schlecht. Lohnt sich auf jeden Fall auch. Kann man einfach nur die E-Mail-Adresse eintragen, anmelden, fertig. Und, ähm, ja, ihr findet hier recht, recht viel. Natürlich ist die Seite viel, viel umfangreicher aufgebaut wie, ähm, auf den anderen Seiten, weil ihr hier wirklich auch nochmal die Videos dazu habt, zu dem Berufstest, Einstellungstest und so weiter und so fort. Ähm, interessante Sache, nutzt die Chance und macht diesen Test. Unten in der Videobeschreibung ist der Link direkt in der ersten Zeile. Und, ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr studiert und, ähm, beziehungsweise arbeitet, welche Ausbildung ihr macht, welchen Werdegang ihr momentan gemacht habt und wo ihr später hin möchtet. Beziehungsweise, ob ihr das schon wisst. Würde mich mal sehr interessieren. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Tom und Tschüss. Bis dahin, bitte. Bis zum nächsten Mal.